Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast. Möchtest du oder ich? Nein, möchtest du oder soll ich? Dann sage ich mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht nicht einmal ohne. Leute, ihr könnt das mittlerweile vergessen. Also jetzt kann man sich auch nicht mehr entschuldigen dafür, dass das hier neu ist. Nehmt es einfach so hin. Das wird immer holprig bleiben. Aber das ist, glaube ich, auch unser Signature-Move. Das ist halt einfach so. Das gehört dazu. Unser Erkennungsmerkmal. So für dich nochmal. Dass ich keine Begrüßungen mache? Ne, das wird. Wir kriegen das halt einfach nicht hin. Das funktioniert nicht rund. Aber ist egal. Hä? Wie, hä? Wir kriegen das nicht hin? Wenn du die Begrüßung machst, ist die schon exzellent. Ja, ich weiß. Das weiß ich. Das musst du dir nicht zu sagen. Du kannst reden. Wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Ja, das ist schon so. Ne, kurz abgehandelt. Alles über einen Kamm. Rhodesian Ridgeback-Podcast. Hier geht es um Hunde. Und Heide. So, wir haben keine Zeit. Was ist los mit dir? Ne, nix. Ich muss nach Hause. Ne, Spaß beiseite. Das Runde und das Eckige, ne? Ja, das darfst du doch jetzt hier nicht verraten, dass gerade ein Bundesliga-Spitzenspiel läuft und ich gerne mal ein bisschen schauen würde. Aber nein, die Community ist mir wichtiger. So, das muss man sagen. Man muss halt auch priorisieren. Ja, und das ist Fakt. Sonst, das wisst ihr auch alle Leute da draußen. Ich checke immer eure Profile. Ich bin ganz nah bei euch. Ich gucke, was ihr so treibt. Und Daniel ist überall. Ist immer omnipräsent. Er weiß, was bei euch so abgeht. Ja, heute wollen wir auch einen Wunsch aus der Community mal über das Thema Zweithund sprechen. Wenn man nämlich einen Hund hat, weil auffällig, das hatten wir ja auch schon mal festgestellt, ist es komischerweise, dass so Ridgeback-Halter meistens nicht nur einen haben, sondern zwei, drei, vier, fünf, zehn. Deshalb gibt es ja diesen Spruch, was ist besser als ein Ridgeback? Ah, ich verstehe. Was denn? Zwei? Ja, zwei Ridgebacks. Ja, exakt. Also, das ist ja, keine Ahnung, woher das kommt. Auch ein Phänomen. Könnte man auch auf die Liste der Merkmale und Charakteristiken und Vorurteile schreiben. So, irgendwie. Dass das ja auch irgendwie dazugehört. Und mit wem kann man da besser sprechen als mit dir, Christine? Oh, da gibt es viele, mit denen man genauso gut sprechen könnte. Ja, das ist klar, aber die sind ja nicht da. Und mit denen mache ich jetzt auch nicht den Podcast. Also, klar, man kann immer mit anderen Leuten sprechen. Aber mit wem kann ich am besten sprechen? Mit dir darüber. Und darüber freue ich mich auch. Ich mich auch. So, da habe ich das auch jetzt wieder einfließen lassen mit den Freunden. Also, alles beim Alten, wie immer. Es hat sich nichts verändert, ob es das noch egal ist. Ja, als ich dich kennengelernt habe, hattest du zwei. Hattest du den Rüden Brixx und die Hündin Gaia. So. Und mittlerweile hat sich das ja ein bisschen verändert. Die Stühle wurden gerückt. Jetzt sind es vier. Ja. Und Gaia ist noch da. Der liebe Brixx nicht mehr. Nein. So, und jetzt klär uns nochmal die Struktur dieser vier Hunde. Also, wie hängen sie zusammen? Wie stehen sie in Beziehung? Das klär uns doch jetzt nochmal auf. Die Gaia ist die Mutter von den drei anderen. Ach, so einfach ist das. So einfach. Ja, das stimmt. Und die anderen drei sind, also Anjango und Anandi sind Vollgeschwister. Und Sina ist eine Halbschwester. Also, alle haben die gleiche Mama. Und Anandi und Anjango. Und es gibt zwei unterschiedliche Väter. Ja, wie so eine typische Patchwork bei mir. Anjango und Anandi sind auch die Geschwister von Herr Richard Parker. Genau. Isangoma, Ayo, Blue. Ja. Ja. Genau. So. Und jetzt ist es ja so, dass die Frage öfter mal aus der Community auch aufkam. Okay, wir würden vielleicht gerne einen zweiten Hund haben. Wie sieht das eigentlich aus? Was ist da vielleicht am geschicktesten? Da gibt es jetzt auch wieder kein Pauschalurteil für. Da kann man natürlich auch wieder so aus dem Gefühl heraussprechen. Und das interessiert mich auch brennend, weil ich jetzt mit Parker mir denke, okay, der wird älter. Ich habe mal gelesen und gehört, so wie immer, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, mal irgendwann über einen zweiten Hund nachzudenken, einen jungen Hund noch mit reinzubringen, wenn der, wenn der Alte immer älter wird, weil der gibt dann nochmal so einen Push. Also dann ist das wie so auf der, wenn man so auf der Zielgeraden ist, dann gibt der nochmal richtig Gas. Also man kann damit so ein bisschen das Leben verlängern, weil der dann ja irgendwie auch eine Aufgabe hat. So habe ich das mal für mich interpretiert. Leben verlängern weiß ich jetzt nicht. Aber also ich würde auch nicht warten, bis der Hund wirklich schon alt ist. Also schon richtig alt und nicht mehr so richtig mithalten kann, weil einen jungen Hund, den man sich dazu holt, der kann schon auch stressig sein und nervend sein und Grenzen auch bei dem älteren Hund austesten wollen und toben wollen und so weiter. Und der sollte, finde ich, oder es ist schon nicht verkehrt, wenn der ältere Hund noch fit genug ist, da anfangs gut mithalten zu können. Dann, ich würde einen zweiten Ritschbeck immer empfehlen. Nein, kann ich jetzt auch nicht so sagen, immer. Ich kenne ja nicht alle Verhältnisse, aber ich würde einen zweiten Ritschbeck empfehlen, weil zwei Ritschbecks zusammen, die geben sich was, was ich denen nicht geben kann. Die, das ist einfach schön, die zu beobachten, wie die miteinander rennen, wie die miteinander toben, wie die miteinander agieren, wie die miteinander, diese Maulspielchen machen, wenn die die Mäuler so aufreißen und miteinander da interagieren und. Glaubst du, die sind glücklicher? Also ich stelle mir gerade wirklich die Frage, wenn ich Parker so angucke, glaubst du, die sind glücklicher, wenn die zumindest eben zu zweit sind? Das muss ja nicht jetzt beides Ritschbeck sein, kann ja auch ein anderer Hund nochmal sein, eine andere Rasse, aber glaubst du das? Gut, das ist jetzt mein Glaube, ne? Ja, 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 nee, darum geht's, das ist der Glaube. Ich glaube das. Auch eben, wenn man mal weggeht, die sind ja dann nicht alleine, die haben sich, ne? Ja, das ist das, was ich bedenke, ja. Die kuscheln zusammen, wenn's kalt wird oder, ähm, oder wenn sie Bock drauf haben, die, die wissen, da ist noch jemand da. Und das mit diesem Jungbrunnen, das, das kann ich auch bestätigen. Ich hab ja, ich glaub, Bricks war eher acht, als dann Gaia dazugekommen ist und ich hatte mit Bricks teilweise auch Spaziergänge, wo der sich auch so weit zurückfallen lassen hat und dann musste ich den wieder auffordern, jetzt kommen und dann ist er wieder ein Stück hinterher getrottet gekommen und dann hat er sich wieder zurückfallen lassen. Wenn ich ihn an eine Leine genommen hab, dann ist er neben mir gelaufen, dann war alles gut, aber der ist dann gar nicht mehr so rumgesprungen, gerannt und, ja, jetzt ist auch die Frage, müssen, ähm, Hunde unbedingt immer rumspringen und rennen, damit sie glücklich sind oder ist das was, was wir gerne sehen wollen, aber es ist eben schon auffällig, als Gaia dann dazugekommen ist, dass da, ähm, ganz andere Lebensgeister wieder aufgeflammt sind und dass der auch wieder Gas gegeben hat und mit ihr auch und der hat das auch richtig genossen mit ihr, ne? Ja. Und das Gute ist ja eben, wenn da ein Altersunterschied auch ist und du hast einen, der eben schon viel weiß, sich auskennt, viel kann, ähm, dass der Jüngere sich da einiges abgucken kann. Man darf sich aber nicht vertun, der guckt sich eben auch das ab, was man eigentlich vielleicht nicht möchte, was er sich abguckt, ne? Ja, klar. Aber es ist für den jüngeren Hund, ist das eine unheimliche Stabilität eben, wenn er, ähm, wenn, wenn ein anderer Hund da ist, der, äh, zumindest im Hundesinn das Hunderudel quasi anführt, ne? Ja, so kann man da, könnte man da schon pauschal mal sagen, das wäre schon eine Win-Win-Situation eigentlich für den Alten und weil dann eben, wie gesagt, so diese, diese Aufgabe vielleicht sogar, ähm, die er dann irgendwie hat und für den Jüngeren natürlich, wie du schon sagst, wie du schon gesagt hast, so eine Stabilität, so ein Fels in der Brandung. Und, und jemanden in der Familie, der mit ihm auf seine Art kommuniziert auch, ne? Ja, ja, ja. Und ihn auch, äh, ganz anders in die Schranken weist, als wir das können, ne? Das ist ja, die sind ja so deutlich oder, oder teilweise auch in ihrer Körpersprache, ja, so fein, dass wir gar nicht mitbekommen, was da jetzt gerade passiert ist, warum der jetzt so einen Respekt hat, ne, der Kleine. Aber teilweise eben auch so deutlich, ähm, wenn sie deutlich werden müssen, das fällt uns schwer, teilweise uns Menschen, so schnell und effektiv eben einem jungen, einem jungen Hund klarzumachen, so nicht. Naja, das stimmt. Wir sind ja, was die Kommunikation mit den Tieren angeht, ja eigentlich völlig ineffizient, ne, also wenn Parker missbaut und ich ihn halt anbrülle, bringt das halt eigentlich null. Ja. Also, ne, wenn ich ihm dann irgendwie sage, so, und das passiert mir halt auch mal, wenn er halt irgendwie Blödsinn gemacht hat, dann schreie ich ihn jetzt nicht aus tiefster, aus tiefstem Hass zusammen, so, aber dann sage ich ihm halt schon deutlich, deutlich meine Meinung und das bringt halt gar nichts, ne? Er guckt mich halt an und denkt, okay, ähm, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht, was du mir jetzt gerade hier versuchst zu vermitteln? Also, es ist halt echt einfach ineffizient, ja? Wie ist denn das mit dem Zusammenleben jetzt zum Beispiel von, ne gut, jetzt ist es die Gaia als Mutter und hat dann halt eben drei Sprösslinge, drei Nachkommen. Mhm. Also, gut, in freier Wildbahn ist das ja jetzt auch nicht, glaube ich, unüblich, ne? Aber ist das nicht bei Hunden dann mittlerweile so drin, dass die eigentlich ihre, ihre, ihre Nachkömmlinge abgeben? Oder ist das wie in so einem Wolfsrudel immer noch verankert, dass, ja, das Rudel wächst halt? Ja, das Rudel wächst, aber es gibt immer welche, die abwandern auch, ne? Ja, genau, normalerweise sind das, ja, wahrscheinlich nicht, ich, da kenne ich mich jetzt auch nicht bei diesen, diesen Gruppendynamiken von Wölfen und sowas halt irgendwie aus, aber. Also, Fakt ist, dass wir Menschen natürlich ein, äh, in Anführungszeichen unnatürliches Rudel zusammensetzen. Und das ist eben auch etwas, was eine Schwierigkeit werden könnte, wenn man sich einen Hund dazu holt, der, warum auch immer, mit dem anderen Hund eben nicht harmoniert. Das könnte ja eine Schwierigkeit sein, eben, ne? Wie kann man das dann aber testen? Also, ich weiß, dass es Leute gibt, die das vorher ausprobieren, eben, ne? Die vorher auf neutralem Ort irgendwie den alten Hund mit dem Welpen irgendwie zusammenkommen lassen, wobei das eben auch nicht aussagt, was das weitere Leben über passieren wird. Ich weiß auch nicht, inwiefern wirklich da nur eine Rolle spielt, dass Hunde sich nicht grün sind. Da wird's ja wahrscheinlich auch, also, bei Hunden gibt's ja auch Antipathien und Sympathien. Ja. Ob das wirklich, äh, die Rolle spielt oder ob auch wir Menschen da eine Rolle spielen, weil wir was verkehrt machen eben. Das weiß ich nicht. Also, es, es gibt Schwierigkeiten. Ich hab selten davon gehört, aber die kann es geben. Ja, das hab ich auch schon mal gehört, ja. Die, die Frage war ja, glaub ich, auch, die aus der Community da kam, ähm, wenn Zweitun, und welches Geschlecht, ne? Genau. Und auch da muss man eben sagen, oder, was heißt, muss man sagen, auch da, ich, ich sage dazu, es kann alles gut gehen, es muss aber nicht. Also, wenn man sich jetzt zum Rüden einen anderen Rüden dazu holt, das kann ganz wunderbar funktionieren. Und in den meisten Fällen, die ich kenne, ist das auch so. Aber es gibt eben auch Fälle, wo das irgendwann umschlägt, ne? Spätestens dann, wenn der junge Rüde in vollem Saft steht und antesten will, wo, wo, ähm, er sich, ob er sich hocharbeiten kann oder wo er im Rudel stehen kann, so, dann kann das eine Schwierigkeit werden. Muss aber nicht. Aber das weiß man vorher nicht, dass, da sollte man sich eben bewusst sein und man sollte eben auch ein selbstbewusster Typ sein. Wenn man zwei Rüden hat, sollte man einfach, ähm, ein sehr selbstbewusster Typ sein. Ja. Das gleiche kann bei zwei Hündinnen auch passieren, die können sich auch in die Haare bekommen, muss aber nicht. Ja, ich finde das immer eine schwierige Situation, weil wenn man jetzt, ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel alleine ist und hat zwei Hunde, dann sind, habe ich immer das Gefühl, dass beide Hunde, oder hätte ich das Gefühl, dass beide Hunde so ein bisschen um die Gunst des Rudelführers, ähm, so ihre Macht auskämmen, ne? Wer ist die Nummer zwei oder wer ist so der Beliebtere, so nach dem Motto, ne? Oder der Nützlichere oder wie auch immer. Ja, und da können eben Menschen Fehler machen, ne? Wenn der Welpe dann kommt und der ist so süß und, und, äh, herzerwärmt und wenn der ältere Hund dann außer Acht gelassen wird und der kleine Hund, äh, auf den Thron gesetzt wird, dann kann der Ältere halt irgendwann auch sauer werden auf den Kleineren, weil das ist eigentlich nicht sein Platz, der Thron, ne? Der, auf dem Thron sitzt der Ältere. Ja, genau. Und wenn die Menschen irgendwie dem, dem Jüngeren suggerieren, du bist jetzt, äh, die Nummer eins, er ist es, er kann es in dem Alter ja gar nicht sein, ne? Und, ähm, ja, dann kann es irgendwann zum Konflikt kommen, ne? Dass der Ältere sagt, so, ich weise dich jetzt mal in deine Schranken. Aber lief denn bei dir alles, alles komplett glatt? Also hat Gaia als Mutter das denn alles, äh, toleriert? Also sind jetzt zwei Töchter, wie ist so das Verhältnis zwischen Mutter und zwei Töchtern, die heranwachsen? Gut. Also ich hab das Glück, dass es super läuft. Die Gaia ist die unumstrittene Rudel-Anführerin, das respektieren die beiden. Ähm, es hat anfangs zwischen Anandi und Sinna auch, ähm, aber eher spielerische Raufereien gegeben, aber da hab ich immer deutlich gesehen, dass die Anandi der Sinna klar macht, du bist unter mir. Also die hat die teilweise richtig lang gemacht. Sinna hat das genossen, die Aufmerksamkeit zwar zu bekommen von ihr, aber die hat eben auch verstanden, boah, also die buttert mich unter, wenn die will, ne? Wie viele Jahre liegen die beiden auseinander? Drei? Zwei? Äh, lass mal eben überlegen. Äh, vier. Ne, dreieinhalb, dreieinhalb, glaube ich. Oder fast vier. Ja. Ja, okay. Es ist halt, und bei den beiden geht's halt um Rang zwei und um Rang drei, so, da kann dann, könnte eben was entstehen. Ja. Ich glaube nicht, also, ich glaube eher, wenn man zwei Hündinnen hat, entsteht es nicht unbedingt, weil eigentlich klar ist, die ältere ist auf Platz eins und wenn man als Mensch eben nicht diese gravierenden Fehler macht, den jüngeren Hund in den Himmel zu heben und den älteren links liegen zu lassen, dann ist eigentlich klar, wer der Chef ist und wer nicht. und eigentlich ist es für junge Hunde ja auch eine totale Überforderung, wenn die der Chef sein sollen vom Rudel und deshalb fügen die sich eigentlich auch ein. Ich sag immer eigentlich, weil es kann immer andere anders auch abgehen. Ja, ich meine, du weißt ja erstmal gar nicht so, okay, ne, wie prägen die sich charakterlich aus, das ist nun wie beim Menschen auch, wenn du zwei, drei Geschwister hast, jeder ist anders, ne, und wenn du dann eben verschiedene Hunde hast, ob das jetzt Geschwister sind oder halt einfach aus verschiedenen Würfen oder so, da weiß es halt immer auch nicht, ne, die prägen die sich später, später aus. Und wie gliedert sich jetzt Anjango da ein? Anjango ist halt der männliche Rudelführer sozusagen, also es gibt ja, zumindest im Wolfsrudel ist das ja so, es gibt eine Alpha-Hündin und einen Alpha-Rüden. Ja, aber das hat Gaia dann einfach auch so in Anführungszeichen akzeptiert, dass jetzt ihr kleiner Sohn quasi irgendwann so emporgestiegen ist und jetzt. Ja, er macht ja ihr den Rang nicht streitig, also er ist ihr untergeordnet, also sie, sie sagt ihm schon, wenn ihr was nicht passt und er hört auch, ne, zum Beispiel, wenn er Interesse an seinen Schwestern hat, ne, dann sagt Gaia sofort, Freundchen, das lässt du bleiben und dann lässt er das bleiben. Okay. Ja, weil die Dynamik kann ich mir eben so gar nicht, gar nicht vorstellen. Ich hab sowas halt einfach auch noch nicht live gesehen, also wie jetzt jemand mit drei, vier, fünf Ridgebacks oder Hunden jetzt so umgeht und zusammenlebt, so wie das. Im Alltäglichen klappt, also finde ich, würde ich spannend finden. Deswegen muss ich dich auch nochmal besuchen. Unbedingt. Zeit, ne, das ist halt immer die Zeit. Christine ist immer, immer bemüht und ist so lieb und kommt mich hier in Münster besuchen. Deswegen, aber das steht schon lange auf unserer, auf unserer Liste, aber das kriegen wir demnächst jetzt schon hin. Das habe ich mir zumindest vorgenommen für dieses Jahr. Doch einen guten Vorsatz. Ja, zumindest den. Ja, weil das ist tatsächlich schwierig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich jetzt, also wir reden ja jetzt hier eh im Ridgeback-Podcast von Ridgeback und Ridgeback, aber ich könnte mir halt eben halt auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich mir jetzt eine ganz andere Rasse dazu hole. Also wenn ich mir jetzt denke, also wie das dann funktioniert, wenn ich mir jetzt, ich könnte, ich würde mir zum Beispiel für Parker eigentlich ganz gerne einen Hund wünschen, der vielleicht ein bisschen mehr, wie soll man sagen, so ein bisschen mehr Antrieb hat. Es kann natürlich ein Rudesian Ridgeback sein, das ist ja gar keine Frage, aber so, wo du eigentlich von der Rasse, wenn du die Rasse hörst, schon weißt, alles klar, der hat ein bisschen mehr Feuer. Jack Russell. Ja. Als die letzte Begegnung ich mit dem Jack Russell Terrier war, die Grüße gehen raus an Jonas. Der ist hier einer der Gründer in Münster von der Lieber Cola. Der hat einen kleinen Jack Russell, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Er mag mir das verzeihen. Fiete. Fiete. So, jetzt ist er mir gerade eingefallen. Das ist nämlich auch Fiete. Und als ich den das erste Mal getroffen habe mit Parker, der Parker hat ihm nur hinterher geguckt, wie dieser kleine Hund, der war da ein paar Wochen alt, immer nur im Kreis um ihn rumgelaufen ist. Und dann habe ich mich zu ihm gebückt und er ist hochgesprungen, der Fiete, und hat mir mit seinem Welpenzahn, ist in meiner Nase hängen geblieben und mein linker Nasenflügel, den hat er halb gespalten und es hat eineinhalb Tage lang fast unaufhörlich geblutet. Krass. Vielen Dank, Fiete. Grüße gehen raus. Ich glaube, das war schon ein bisschen übertrieben, aber das hat geblutet wie Sau. Mein Gott. Ja. Kleine Anekdote. Aber ja, sowas könnte ich mir für ihn oder so. Ich hätte, was ich auch ganz cool finde, ist so ein Windspiel zum Beispiel. So ein kleiner, finde ich super. Boah, da hätte ich Schiss. Gut, Parker spielt ja nicht. Nee, nee, deswegen ja. So, nee, es gibt so ein paar Hunde oder Basenji, finde ich auch ganz cool. Ja, die haben auch Pfeffer. Basenji, finde ich, ist auch eine coole Rasse. Ja, ja. Ja, machen wir immer noch ein Windspiel-Podcast, Basenji-Podcast. Nein, Spaß beiseite. Aber das sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es eh wieder, also einmal Rodee sind, immer Rodee sind. Es ist... Bei mir schon auch. Ja, na, also da brauchen wir uns gar keine, brauche ich mir, glaube ich, gar keine Illusionen machen. So, dann, ich wollte jetzt noch einmal eingehen, wir hatten jetzt ja Rüde, Rüde, Hündin, Hündin. Ja. Was ja einfach ist, weil da keine Fortpflanzung untereinander stattfinden kann. Und jetzt komme ich zur Rüde, Hündin, was eigentlich, glaube ich, eine super Mischung ist, aber wo man eben vorher sich Gedanken machen sollte, was mache ich, wenn die Hündin läufig wird. Und ich bin kein Fan davon, dass wenn man sich zwei Geschlechter ins Haus holt, dass man sagt, einer wird dann eben kastriert. So, ich bin eben auch der Meinung, Kastration, wenn sie medizinisch angezeigt sind, ansonsten nehme ich dem Hund was. Ja. So, und wenn man das irgendwie organisieren kann, dass dann der Rüde, wie bei mir, in richtig gute Hände kommt, dann ist das super. Wobei ich auch jedes Mal sagen muss, es schmerzt jedes Mal, wenn ich ihn abgeben muss. Aber weil ich eben weiß, dass er einfach in so guten Händen ist, dass er da so gut umpflegt wird und behandelt wird, danke Ingo, tausend Dank, deshalb geht das. Ja, da sind wir bei Folge 3 übrigens, nur kurzer Querverweis, was macht man so bei Podcast-Profis? Einmal Folge 3 hören, der Rüde muss in den Urlaub, Fragezeichen? Ja. Da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als du gesagt hast, ja, der geht dann in den Urlaub. Geht in den Urlaub. Ja. Endlich mal weg und die endlich mal auf dem Sofa sitzen, ein Bierchen trinken. Ja. Weißt du, was der immer gebracht hat? In den ganzen Weibern da rumhängen. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, soll ich die mal gerade erzählen? Ja, bitte. Dafür sind wir hier. Da war der im Urlaub, ne? Und dann kam der Ingo von der Arbeit und denkt sich, warum werde ich hier gar nicht begrüßt? Und dann geht er rein ins Wohnzimmer und dann liegen da, boah, Mensch Ingo, das waren doch Frieda. Frieda und Anjango, glaube ich. Frieda und Anjango liegen auf der Couch und stehen gar nicht auf und heben noch niemals den Kopf. Und dann findet Ingo eine Dose Schöpferhofer Weizen. Ja. Aufgebissen. Nee. Es waren nur zwei Löcher drin und kein Tropfen Alkohol mehr da. Da haben die Dose sich da reingezogen. Also Anjango muss das aufgebissen haben, weil wegen des Gebisses konnte er erkennen, das muss Anjangos Gebiss gewesen sein. Aber Frieda und Anjango haben sich zusammen genüsslich reingezogen. Was ist denn Frieda? Oh, Frieda ist eine Zarentochter. Was war das nochmal? Russischer Spanier, glaube ich. Nein, also auch ein Hund, das hätte mir jetzt gereicht. Ein Hund. Ich hätte gesagt, eine Katze oder die Tochter. Nee. Ich kenne die Anjango leider nicht persönlich. Aber da sind sich Tochter mit dem Hund und haben sich erstmal einen Halben reingefahren. Aber ernsthaft? Die haben sich beide da eingelötet? Ja. Es lag kein Tropfen Alkohol mehr. Er hat keinen Tropfen irgendwo gefunden. Die haben das komplett aufgeschlägt. Ja, ist doch klar. Ja, wenn dann schon Abfahrt. Ja, aber im Moment mal, wenn die es aufgebissen haben, dann ist das ja wie Dosenstechen. Also kennst du Dosenstechen noch? Ja, aber es waren zwei Löcher. Es waren ja zwei Löcher, ne? Das spielt ja keine Rolle. Aber wenn du da reinbeißt, dann spritzt das doch raus wegen dem ganzen... Ja, aber er hat nichts mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie es abgelaufen ist. Und da hat er sich erstmal schön... Siehst du, sag ich ja. Haben sie sich gemütlich gemacht. Endlich die Weiber mal weg. Nicht immer den ganzen Tag Frauengeschichten. Die schön auf dem Sofa sitzen. Deshalb ist mir das ja eingefallen. Ja, hätte nur noch gefehlt, dass er mit der Tat so noch hier sportlich ist. Sportshow angemacht, oder? Das ist ja geil. Der interessiert sich aber nicht für Bälle oder so. Ja, das ist ja stark. Das ist nochmal... Das ist eine schöne Geschichte. Das finde ich gut. Schöne Schöpferhöfer, Weizen mal. Schön einverleiht. Cool. Ich glaube, Zitrone war es sogar. Ja, also meinst du, man sollte tatsächlich dann eben dafür sorgen, wenn man zwei Geschlechter zu Hause hat, dass... Dass die räumlich getrennt werden können. Und nee, ich meine, ich spreche jetzt hier nicht von einer Wohnung und der eine in dem einem Zimmer und der andere in dem anderen Zimmer, weil das ist auch echt stressig. Also da kommen die trotzdem nicht zur Ruhe. Ja. Wobei ich das gar nicht wüsste, wie das bei Parker halt ist, weil der gar nicht so krass anschlägt. Ja, der hat ja den Chip auch noch drin. Ja. Aber auch vorher, ja, aber in der Wohnung. Ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein echt sehr guter Tipp, dass man out of the box denken und dass man sich dann eben halt sagt, okay, für die Zeit, wie lange ist er dann da? Wie lange muss er dann da? Das kommt immer darauf an, wann ich den abgeben muss. Das ist tatsächlich auch unterschiedlich von Läufigkeit zu Läufigkeit. Läufigkeit, das ist, wenn ich merke, jetzt wird er zu Hause zu aufgedreht, wenn er nur noch hinterher schnuppert und bedrängt und dann schon anfängt auch zu hecheln und nachts irgendwie zwei, dreimal aufsteht, um zu checken, wie weit ist er jetzt? Ich hatte das schon, dass ich den schon am dritten, vierten Tag abgeben musste. Dann ist er natürlich lange weg. Dann ist er dreieinhalb, vier Wochen ist er dann ungefähr weg, weil ich auf Nummer sicher auch gehen will, dass wenn er nach Hause kommt, dass auch wirklich da keine Gerüche mehr sind, die ihn dann die Hündin bedrängen lassen. Und wenn er aber erst nach anderthalb Wochen anfängt, in dieses Stadium zu kommen, dann geht er dann erst weg und dann dementsprechend verkürzt sich die Zeit, die er weg ist. Also nach der Standhitze warte ich auf jeden Fall noch mindestens eine Woche, bevor er nach Hause kommt. Es ist auf jeden Fall zu beachten, dass die Dynamik bei zwei Ritschbecks eben beginnt. Bei drei Ritschbecks wird sie noch größer. Und also je mehr Ritschbecks, je größer wird diese Eigendynamik dann. Und je mehr muss man wirklich auch trainieren und darauf achten, dass Rückruf sitzt und so weiter, weil ein Ritschbeck, der vielleicht jetzt keinen Jagdtrieb großartig hat oder nicht so ambitioniert eben jagt, der kann sich von dem zweiten Ritschbeck, der dann den Jagdtrieb zum Beispiel hat, mitreißen lassen. Das ist dann eine andere Nummer. Also das sollte man beachten. Man sollte auch beachten, dass die auf andere Hunde anders reagieren, wenn die zu zweit da angestürmt kommen. Haben die eine andere Position? Ja, das, das kenne ich. Also kenne ich auch so Pappenheimer hier in Münster. Wenn die, die sind halt immer richtig, die haben halt immer eine richtig große Klappe, wenn sie mit mehreren unterwegs sind. So, dann finde ich, finde ich halt auch immer super. Naja, das, das, das kenne ich. Also das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. Diese Dynamik, die geben sich etwas, was man so als Mensch gar nicht merkt und die haben schon längst miteinander kommuniziert, bevor man es selber mitkriegt. Also das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so das Entscheidende, dass man das lernt, möglichst flink und dass man da, also da muss man auch so ein gewisses Talent, glaube ich, für haben, das irgendwie lesen zu können. So, das möglichst schnell auf die Kette zu kriegen, ja. Ja, das ist gut. Also das, das finde ich wichtig und sind, glaube ich, auch sehr gute, sehr gute Einblicke, die du uns da mitgegeben hast, weil, wie gesagt, mich umtreibt das Thema tatsächlich halt auch öfter. Ja, du denkst dich halt, wenn du einen hast, wenn du zwei hast, so, was nimmt, bedeutet das mehr Zeit, die ich opfern muss? Eigentlich ja nicht. Doch. Boah, nö. Am Anfang definitiv. Du gehst mit beiden, du übst mit beiden, du musst aber auch alleine mit dem Neuen, ne? Also. Ja, klar, ja, das natürlich schon. Also ich rede jetzt mal nicht von dem Welpenstadium und so, ne? Und wenn der gerade nur eins zieht, das ist ja sowieso immer Ausnahmezustand hoch zehn. Wenn man den dann da hat, dann ist man ja komplett in Alarmbereitschaft. Aber ich meine dann später, wenn die so sich eingegroovt haben und dann eben dieses gemeinsame Leben. Ja. Eigentlich im Endeffekt, wenn du es von Anfang an gut machst, hast du am Ende, das ist ja meine Argumentation, eigentlich sogar mehr Zeit in Anführungszeichen für dich. Ja. Weil du die Hunde ja auch mal ganz bequem, so wie du jetzt ja zum Beispiel auch einfach alleine lassen kannst. Und ich ja immer schon so gefühlt nach zwei Stunden nervös auf meine Uhr gucke und denke so, der arme Hund, so nach dem Motto. Und denke, ne? Gesellschaft wäre schon ganz gut für ihn. Und das ist eigentlich ganz schön. Eigentlich hat man damit ein Stückchen mehr Freiheit. Und vor allen Dingen weniger schlechtes Gewissen. Ja. Ja. Schön. Danke für die Einblicke, Christine. Sehr gerne. Daniel. Ja. Ich habe hier noch eine Anekdote, die würde ich eigentlich gerne noch zum Besten geben. Eigentlich machen wir das ja immer am Anfang, aber ich habe mich letztens wieder total aufgeregt. Und zwar kennst du dieses Phänomen, wenn man Hundebesitzern, also man kennt ja erstmal so auf seinen Strecken, in denen man geht, so man kennt sich ja. Man weiß, ach, hier, das ist der Hund, ach, das ist die Frau, der Mann mit dem Hund und so. Und kennst du diese Hundehalter, mit denen man eigentlich nie redet, die man immer so auf Abstand nur sieht, zu denen man eigentlich gar keine Beziehung oder Kontakt hat, aber die immer schon so gucken, so nach dem Motto, so, komm mir nicht zu nah, so, weil sie Angst haben, so, vor deinem vielleicht großen Hund oder vor der Konfrontation der beiden Hunde, wenn die gleich groß sind oder so, ist ja egal. Jedenfalls gibt es ja, ich mag das halt einfach überhaupt gar nicht, diese Attitüde, wenn die Hunde noch nie Stress miteinander hatten, sie trotzdem einfach von vornherein, von einer Seite aus zu separieren. So, wenn ich mit Parker halt da gehe, wo ich ihn ableihen kann und ich treffe, ich rede jetzt von einer speziellen, von einem speziellen Halter, der hat, das ist ein Wischler, glaube ich, und der ist auch unkastriert und der hat ihn halt öfter mal am Fahrrad, aber auch zu Fuß, wenn der mich sieht, der guckt mich immer schon so von der Seite an, so ein bisschen Panik und Angst erfüllt, da kriege ich schon die Krise, so, weil der im Vorfeld schon einfach so drauf ist. Und das auf seinen Hund überträgt dann natürlich. Ja, und das auf seinen Hund überträgt, aber der Hund ist völlig ruhig, ne, also der Hund ist, war noch nicht einmal so, dass der irgendwie Parker, wenn die mal aneinander vorbeigegangen sind oder so, irgendwie geknurrt hat oder dass der irgendwie, vielleicht hat er natürlich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, ne, das will ich ihm jetzt auch gar nicht ankreiden menschlich. Was sich dieser Attitüde ankreide und das finde ich am allerschlimmsten ist, nenn mir mal ein Lebewesen auf diesem Planeten, das aus Spaß tötet oder Stress macht oder was auch immer. Ein einziges Lebewesen. Katze. Ach. Ja, also selbst in der Wildnis ein Löwe oder ein Tiger killt nicht, weil er Spaß dran hat. Also, das ist einzig und allein der Mensch. Einzig und allein der Mensch macht es ohne Grund, sagen wir es mal so, einfach ohne Grund. Und Kriege entstehen teilweise aus hanebüchenen Gründen, Morde, was weiß ich, ist ja auch egal, ist ja hier kein True Crime Podcast. Das, was der Mensch meint, was ihn mit der Moral über die Tiere erhebt, das eigentlich macht ihn zum größten. Genau. Und dann denke ich mir so, lass die Hunde doch wenigstens. Ich meine, Parker ist das beste Beispiel. Das ist ja nun gar nicht so lange her, dass er mal gebissen wurde und die Hunde sind einfach aneinander vorbeigegangen. So, und das ist halt passiert und da habe ich jetzt auch keinen riesen, ich habe den Typ weder angesickt und gesagt, was hast du für eine scheiß Töle oder sonst irgendwas, sondern er hat mir dann einfach in der Situation gedacht, naja, ist halt dumm gelaufen. Von welchem wurde er, nicht von dem, von dem du jetzt erzählt hast. Nee, 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 nee. Von jemand anderem. Ja, das war einfach eng da, Parker kam hinter mir angelaufen, also war schon im Laufen und so. Das war einfach eine doofe Situation. Das hätte man vermeiden können, hätte ich auch vermeiden können und deswegen sicke ich da auch keinen an. Ja. Aber, ne, worauf ich nur einfach hinaus möchte, ist diese Tatsache, die Hunde hatten noch keine Berührungspunkte und wenn du die, selbst wenn die, wenn die in Konfrontation gehen aufeinander zu, dann bringen die sich nicht direkt um oder zerfleischen sich oder sonst irgendwas. Aber das ist das, was der Mensch dann halt einfach eben aufgrund seines eigenen Verhaltens da drauf projiziert und sich sagt, ja, oh mein Gott, ne, die Hunde können sich jetzt ja hier zu Tode beißen, so nach dem Motto, oder sich direkt was antun. Und dann denke ich mir, nenn mir doch mal ein Lebewesen, dass das auch Spaß macht. Wenn die keinen Grund dazu haben, dann ignorieren die sich, dann ist alles in Ordnung. Aber es, also ich habe am Anfang, als du da angefangen hast mit der Geschichte, dachte ich mir, vielleicht hat der Mann ja einen aggressiven Hund an der Leine da oder am Fahrrad und vielleicht muss der Mann ja aufpassen und deshalb guckt er dich so schäl an, weil es ja Rüden gibt oder auch Hündinnen, die das tatsächlich, die an der Leine eben aggressiv sind und auf andere losgehen würden. Nee, das würde ich ihm ja jetzt auch gar nicht, ich will ihm jetzt auch gar nicht zustimmen, dass er mich so anguckt nach dem Motto, ich hätte jetzt einen aggressiven Hund oder er hat Angst vor Parker oder sonst irgendwas. Er hat Angst vor dieser Konfrontation der beiden Hunde, ne. Und der ist auch nicht müde, mir dann jedes Mal im Vorfeld dann immer schon zu sagen, so, aber nicht zusammenlassen, so nach dem Motto, wo ich mir denke, das ist genauso, auch das wieder, da gibt es ja auch wieder so eine Dame, die so ein ganz klein, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist so ein ganz kleiner Hund und die Hündin geht aber immer schon freundlich auf Parker zu, ne. Und sie fängt dann immer schon so, nein, 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 immer schon so an, anfangen, fängt dann immer schon an zu schreien und so nach dem Motto, die wurde schon gebissen von großen Hunden oder vom Ridgeback, da denke ich mir so, ja. Und jeder Einwanderer ist ein Krimineller oder was. Und eigentlich könnte ihre Hündin da eine positive Erfahrung dann mit Parker machen. Ja, so Parker geht dann hin und schnuppert der ein bisschen und sie freut sich irgendwie und dann sieht sie das sogar, ne, ist alles Cooles. Aber sie kann es nicht deuten, ne. Ja, also wirklich, das sind manche Sachen, ich sage ja, ich mache auch nicht alles richtig, ich erhebe mich auch jetzt nicht über die und so, aber ich muss mir da auch mal Luft machen, weil ich denke mir dann, mein Gott, man muss doch wirklich nicht sagen, so Hunde aus Spaß bringen die sich um oder beißen immer gleich zu oder sonst irgendwas, ne. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, das musste ich auf jeden Fall nochmal, nochmal loswerden. So, weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare bei Instagram oder lasst uns eine Nachricht da über alle Wege, die wir so haben. Oder werdet auch was los. Genau. Oder sagt mir, wie doof ich da reagiere oder dass ich total falsch liege. Ich bin da immer offen, an mir selber zu arbeiten. Und denkt dran, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und dass dieses Projekt noch ganz lange weiterlaufen kann und wir einfach die Möglichkeiten auch haben, an diesem Projekt weiterzuarbeiten, dann schaut doch mal bitte in die Episodenbeschreibung und da habe ich das verlinkt. Steady, da könnt ihr uns, über diesen Weg könnt ihr uns supporten. Wenn ihr denn mögt, müssen, tut ja keiner was. Ja. Schön. Ja, schön, ne. Das ist richtig schön. Du hast wieder schön gesprochen. Ja, naja, ne. Es sind immer noch viele Es drin, aber ich lasse sie auch einfach drin aus Prinzip. Ich kontere mit meinen Ems. So, wir wünschen euch eine schöne Zeit, die ihr jetzt überbrücken müsst, bis zum nächsten Freitag. Und wir wünschen euch selbstverständlich einen schönen Spaziergang. Ich danke dir, Daniel, dass ich den Part übernehmen durfte. Gerne. Weil ich gehe so gerne spazieren und ich hoffe ihr auch. Ja, ich weiß, dass du gerne spazieren gehst. Wie du das alles zeitlich machst, das musst du uns auch nochmal erzählen. Das ist mir manchmal auch ein Mysterium. Ja, das möchte ich gerne, das möchte ich gerne mal aufgeschrieben sehen. Das musst du mal so, muss mal so ein Tagesprotokoll führen. Das würde uns alle mal interessieren, glaube ich. Aber gut, macht's erstmal gut. Tschüss. Ciao. Ciao.